Hey Leute, zu CryMix hier, was geht, ich bin Paul Berger, herzlich willkommen zurück zu GTA 5 und heute gibt's mal wieder ein Rennen, aber diesmal mit sechs YouTubern, Leute, das wird komplett krank werden, lasst ein Like und ein Ammo down, let's go mit dem Video. Oh Leute, seid ihr beleid? Oh nein! Let's go! Gegen Touren mach ich nicht. Mega Lampe Lennon! Gegen Touren mach ich nicht, Digga, das ist mir zu krank. Oh nee, Touren ist hier, oh mein Gott. Gegen Touren mach ich nicht, das ist mir zu krank. Oh, Power Start, ich hab erstmal Power Start, so, bei seid ihr Schmalspuren. Ey, seid alle hinter mir, was klabert du so eine Scheiße, ey? Oh, Trick 17, Trick 17, Wheelie ist schneller, Jungs. Warum gebe ich denen überhaupt sogar Tipps beiseite? Wow! Oh mein Gott. Also wer hier, ey, man fällt doch ultra leicht in diese Lücken hier rein. Wie schaffe ich das? Wie schaffe ich das hier zu überleben, Leute? Oh mein Gott, wie schnell ich bin. Ey, wer steht immer mir? Nein, ich fall runter. Ja, Enrico ist rausgeflogen. Also wer hier schafft, rauszufliegen, ist ja auch eine Schmalspur. Es tut mir leid, Digga. Ey, MBK ist erster. Digga, das MBK erster ist, das hätte ich auch nicht gedacht. Leute, wir machen erstmal ein bisschen locker, damit die anderen nicht direkt den Spaß verlieren und dann ziehen wir die ab. So ein Ding ist das. Ich werde euch alle abziehen. Ich werde euch alle kaputt ergeriert. Der einzige, der gefährlich werden könnte, ist eigentlich Touren hier. Aber ansonsten mache ich mir hier weniger Gedanken. So, okay, 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 okay. Oh Gott, man muss ja hier so durchfliegen. Durch die Brücke. Fertig, Leute. Weiter geht's. Also wer es nicht schafft, ist eine Schmalspur. Wenn du das nicht schaffst, der ist wirklich schmal. Der ist wirklich nur eine Schmalspur. Und nächstes Auto kommt, schnell. Hat das auch noch irgendwelche Fähigkeiten? Ja, Bro, das kann springen und boosten. Wow. Wie? Dein Auto kann boosten und springen? Mein Auto kann springen und boosten. Wenn es deins nicht kann, kann ich nichts dafür. Oh, ich glaube, ich bin eine Schmalspur. Ich glaube, ich liegt daneben. Ich weiß nicht, ob ich der anlagte war. Ich weiß nicht, ob ich der anlagte war. Nein! Nein! Oh mein Gott, ich bin daneben geflogen. Wir sind voll die Schmalspur-Raturen. Ey, das ist aber gar nicht so schwer, wenn man direkt runterspringt. Man muss ja voll straight fliegen. Ja, das ist eigentlich unmöglich. Ich glaube, ich mache das diesmal gar nicht so. Ich glaube, ich bin auch nicht. Ui. Man muss sich ja richtig konzentrieren, Leute. Konzentrier dich, Ezio. Oh mein Gott! Nein! Oh mein Gott! Nein! Nein! Ich mache das voll die Dummheiten. Ich mache das voll die Dummheiten. In der Ruhe. Liegt er. Ah, bei Seite! Wer war der Gelbe? Max, warum? Ahaha, MVK! Ich mache Bayblade! Ich mache Bayblade! Nein, 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 nicht explodieren! Ja! Ja! Oh no! MVK noch weggemobbt, ey! Verstehen! Wer ist der Erste? SU! LOL! SU erster Sinn! Wann ist SU so gut bei diesen Rennen? Weiß auch nicht! Er weiß auf einmal, wie man gerade ausfährt, SU. Aber Leute, kein Problem. Wir sind direkt hinter SU. Zweiter Platz. Ey, Jungs, ich finde, wir sollten öfter so mit sechs Leuten Rennen fahren. Das macht voll Spaß. Ja, das ist gut. Finde ich auch cool. Nein, 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 nein! Das ist viel cooler als nur mit... Oh, nein! Ich flieg an den Punkt vorbei, ich Idiot! Jaaa! Es läuft wohl! Oh mein Gott! Ich bin lost, Leute! Ich muss nochmal hochfliegen! Ich bin auch... Bist du auch dran vorbei? Alter, nein! Amil ist jetzt zweiter, ne? Nein! Oh mein Gott! War das lost! Aber weil der Punkt, das mal auch so früh war! Ja, so komisch! Ich bin auch voll in Fass mit Wasser gefallen! Verdammt! Aber trotzdem schaffen wir das! Hat das irgendeine besondere Fähigkeit, das Auto? Ne, ne? Wer ist denn jetzt hier Erster und so? Ich bin Erster. Amil, oder äh, Touren, meine ich, ist Zweiter, ne? Ja! Oh, Touren hat mich eingeholt! Das gefällt mir natürlich gar nicht! Mir gefallen das sehr gut! Ich finde, ihr gehört dahin! Tew hat noch meinen Platz geklaut, aber es ist kein Problem! Hä? Du sagst, du gehörst auf den zweiten Platz? Nein! Ich hab gesagt, wir hätten ja Platz warm, Tew! Weil du weißt ja, der zweite ist der erste Verlierer! Denk drüber nach! Ja! So! Nicht jetzt in die Lücke fallen! Der erste Verlierer! Der zweite ist der erste Verlierer! Naja! Das sind Weisheiten von Papa Crymax hier! Nein! Am Ende runter! Alle, die immer sagen, dabei sein ist alles, stimmt nicht! Gewinnen ist alles! Das sind nur Verlierer! Dabei sein ist nicht alles, oder? Nein! Gewinnen ist alles! Nur Verlierer reden so! So! Und wer ist natürlich der erste? Wow! Ich fahr rückwärts! Oh mein Gott! Wie konnte ich jetzt gerade nicht... Die Elfte bin ich rückwärts gefallen! Wie habe ich es gerade geschafft, nicht zu explodieren hier? Mr. Gelb, bist du das? Ich bin der Gelbe! Ah Pinky! Ich bin hier bei SU! Ich will aber nicht pink sein! Mr. Pinky Winky! Nämlich nicht nochmal Mr. Pinky Winky! Doch, du bist Mr. Pinky! Nein! Mann! Ey, aber Touren hier auf dem ersten, okay! Ey! Ich sabotiere SU! Ich sabotiere ihn! Hey, das lässt du schön sein, Trottchen! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ruf doch deine Mama! Nein! Genau da rein! So! Schnell, 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 schnell! Drehen, 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 drehen! Los, los, los! Nicht lang respawn! Nicht lang respawn! Oh! Okay, wir sind Zweiter, Jungs! Ey! Nein! Ey, ich hab Black Screen, Mann! So! Du hast Black Screen! Oh mein Gott, Alter! Ist doch so komisch! Du machst doch nur Baby darunter! Du hoffst, dass ich nicht irgendwo zwischenbleib ins Deckel! Ja, ja. Das ist eigentlich das größte Problem in diesem Lippen, glaube ich. Wow, 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 wow! Leute! Bayblade! Warum wecknallt er so durch wie sonst was? Ich mach die Russik-Technik! Ich mach einfach nur Bay Plate Russik! Ich bin so ein Lustig-Glade bei mir! Was ist das, Leute, dass er schon satisfying wie ich hier runter... Ding gesehen! Let's go! Kickflip! Kickflip gelandet und gestanden. Richtig unwichtig. Weiter geht's! Ich glaube, ich muss hier gleich mal den Sabotage-Modus ein bisschen... Ja, ich hab ein Ding untergeschmissen! Ich muss hier auch mal gleich ein bisschen den Sabotage-Modus anmachen, glaube ich. So... Wer ist denn hier? Können wir jemanden wegsabotieren? Obwohl, er ist jetzt ganz oben schon, das lohnt sich ja gar nicht. Komm, 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 komm! Versuch, komm, let's go! Ach, wir sind ja Erster! Wir haben Touren überholt! Ja, weil ich sabotiert hab und ich so ne Smiles-Pro wie ein Du! Aha! Was sind da los, Touren-Statement? Ach, wir verkacken wieder. Keine Ahnung, mal gucken wir Erster-Esklade, he? Okay, er ist ewig wieder wohl! Ja, weil ich weiß, dass man vorher ablemsen muss, bevor man landen. Ah, okay, das stimmt. Oh nein, ich flieg zu weit links! Ich flieg zu weit links! Ich flieg zu weit links, was ist das? Ja, er ist explodiert! Wichtig! Richtig! Und wichtig, Leute! Bayblade, Bayblade! Oh, oh, oh! Nein, 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 nein! Nein, nein, nein! Warum drehe ich mich so hässlich? Nein! Hör auf damit! Hör auf, dich zu drehen, Bruder! Rückwärtsgang, Lamborghini rückwärts! Oh, wow! Ja, ja! Bruder, das Rennen ist crazy! Oh mein Gott, Alter, was mach ich eigentlich hier? Ich mach den Lussi tausendmal! So, in den Flieger rein! Oh, wer stürzt da runter? Oh, ho, ho, ho! Ich muss jetzt, ich muss jetzt, das ist jetzt der Moment, wo ich touren! Das ist... Nein, nein! Der Moment der Wahrheit! Wo bist du? Ist touren schon an mir vorbei? Ich hab's gesagt! Ich hab's gesagt! Ich hab ihn verpasst! Ich war der blaue Lambo! Ach, wann bist du denn blau? Weil, keine Ahnung! Wann bist du blau hinter den Ohren? Alter, ich hab die ganze Zeit auf so einen roten Ding geguckt! Oh, Max, hast du Angst, Leute zu sabotieren? Nein, ich wollte dich grad sabotieren, aber ich hab die ganze Zeit auf einen roten geachtet! Das bringt mir ja nichts, auf den fünften oder so zu gehen! Ich wollte auf dich gehen! Nein! Schluss mit durchschnittlichen Kampferlebnissen! War Thunder bringt dir das ultimative Fahrzeugkampferlebnis! Mit einer beeindruckenden Auswahl und Detailtreue setzt es komplett neue Maßstäbe! Das tiefgreifende Anpassungssystem ermöglicht es dir, jedes Schiff, Flugzeug oder natürlich auch jeden Panzer individuell anzupassen! Also du kannst deine eigenen Fahrzeuge zu einem kompletten Unikat auf dem Schlachtfeld machen! Erlebe jeden Treffer in dynamischen und realistischen Schlachten, die sich über eine gigantische Spielwelt erstrecken! Jetzt ist euer Moment! Startet War Thunder jetzt auf dem PC, Playstation oder auf der Xbox! Völlig gratis über meinen Link in der Videobeschreibung! Und das Beste daran, PC-Spieler bekommen auch noch ein richtig schönes Willkommenspaket! Ihr bekommt direkt Premium-Fahrzeuge, ein Premium-Account und Booster mit dazu! Jetzt nicht lang zögern, steigt ein und genießt das Abenteuer! Oh, nächstes Auto auch wieder sehr interesting! So! Ja, rückwärts runter! Let's go! Let's go! Schnell, 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 schnell! Woah, woah, woah! Da, trau dich doch, Turan! I don't know what! Der gelbe, der rast ja da voll runter! Find ich! Ist der etwa gelb hinter den Ohren oder was? Ich hab grün hinter den Ohren, Alter! Komm, let's go! Oh mein Gott! Nein! Ich flieg dran vorbei! Ja! Schön langsam fallen, Mann! Das war schlecht, das war schlecht! Nein! Oh, interesting! Das war schlecht, Leute! Ich hab Turan gerade den ersten Platz geschenkt! Dankeschön! Malvidal! Ah, come on! Come on, come on! Nein! Ich bin genauer zwischengefallen! Nein, ihr packt! Der hat den Platz geschenkt! Was? Ich bin Glitter! Ey, man landet mit dem Ding immer dazwischen, Digga! Ja, ne? Ich bin auch Dritter! Oh mein Gott! Ey, wie schlecht! Ich bin gerade vom ersten auf den dritten gekommen! Wie schlecht war das denn? Ihr könnt vom Glück reden, dass ich kein GTA mache gerade aktuell! Ja? Ihr müsst euch ja richtbarm anziehen! Komm, 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 komm! Esst wie so offen essen! Ey, Turan! Ey, bitte! Esst wie so offen essen! Ey, das Auto ist das schwierigste von allen! Ey, das ist ekelhaft, wie man damit landet! Oh, ich hatte gerade technische Probleme! Ja, oh mein Gott! Bitte nicht! Bitte nicht! Du hast gesafft! Du hast gesafft! Ey, das Auto hat mich gerade komplett hops genommen! Nein! Was? Wie kann das sein? Bro, dieses Auto! Man landet! Ey, ich schaff das Auto nicht! Ja! Ich hab's gesafft! Ey, das hat mich so viel Zeit gekostet, dieses Batman-Auto! Weil das so lang ist! Man bleibt damit immer hängen! Was ist das? Soll ich dir einen Tipp geben? Ja! Ja! Sag, bitte Meister, Turan, gib mir einen Tipp! Nein! Lieber sterbe ich! Oha! Ich sag mal so! Snelligkeit ist nicht alles! Mach den Weg des iCrimax weiter! Ah, du meinst den Rennnerweg! Der Weg des iCrimax ist der Rennnerweg! Nein, ich flieg schon wieder raus! Ey, das gibt's nicht! Ich flieg schon wieder raus! Das Auto hat mich gebrochen! Ich bin von 1. auf den 4. Platz! Ich öffne jetzt ein bisschen! Wen hab ich da oben passen? Wen hab ich da oben passen? Wen hab ich oben passen? Ey, das... Nein! Ich bin... Ich bin... Digga, dieses Batman-Auto hat mich gebrochen! Es hat mich gebrochen, das Batman-Auto! Oha, SUs jetzt! Jetzt wird das nächste Auto sofort gesafft! Verdammt, der ist weit jetzt nach vorne! Auf Wiedersehen, Turan! Seit wann kann SU denn hier was in GTA? Hä? Batman-Auto-Versetrainer geworden ist! Kann keiner sabotieren, Turan! Ich bin Einzige! Jetzt einmal, einmal! Okay! 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 Papa-Cry-Mix is back! Papa-Cry-Mix is back! Nein! Ey, du Stück Scheiße! Nein! Du bist so ein Stück Scheiße, Digga! Ich komm... Nein! Ich flieg wirklich raus! Nein! Ich booste! Ich komm aus, wenn du auf die Boots hast und flieg raus! Ich hab's endlich geschafft! Ey, MVK, du... Ich mach dich trotzdem dafür verantwortlich! Ich mach dich trotzdem dafür verantwortlich! Sehr gut, MVK! Sehr gut! Ey, Leute, das war's! Das war's! Ich war... Das war so ein gutes Rennen! Ich hab verkackt! Das war's! Ich komm nie wieder hinterher! Es hat so viel Zeit gekostet! Ja, was war das? Ich... 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 Ich bin gepackt! Selko, der MVK endet my money! Okay, Leute, ich kann nicht mehr gewinnen! Jetzt werde ich auch... Jetzt werde ich auch sabotieren! Das... Ich kann das Ding nicht mehr gewinnen! Ich bin so weit hinten! Mein Reifen ist kaputt! Jetzt wird's ehrenlos! Jetzt wird's wieder richtig ehrenlos! Jetzt packen die wieder den... Wenn ich nicht gewinne, dann sorg ich dafür, dass ihr's auch nicht tut! Oh, I Crying Spiel und wir! Selko, der hat kein Max weiter so! Der Weg ist Kriegers! Ja, ist klar! Alles wegen MDK! Das ist der Weg der ehrenlose Sabotage! Okay, jetzt habe ich es aber geschafft, endlich mal, by the way! Ey, das ist also das Auto hat mich wirklich so viel Zeit... Aber nicht bei mir, Max! Die weg! Na? Oh mein Gott! Ah, sehr geil! Da schauen wir mal, wer jetzt hier sabotiert wird, hä? Oh, gesappt! So, ich muss jetzt... Wie weit bin ich... Oh, warte, ich bin Dritter! Okay, warum bin ich Dritter? Komm, komm, jetzt haben wir den! Zwei Minuten entfernt von mir und wahrscheinlich zwei Minuten von SU! Boah, ich bin weit entfernt! Ich bin sehr, sehr weit entfernt! Deswegen, man muss SU kaputt machen! Welche Farbe hat SU? Welche Farbe hat SU, Leute? Boah, SU ist, glaube ich, wieder ganz unten! Ich glaube, SU war doch der Mr. Pinky! War doch Mr. Pinky Winky! Stimmt! Ich hab schon vergessen! Mr. Pinky Winky! Aber so will ich nicht noch einmal genannt werden! Mr. Pinky Winky! Du wirst fertig gemacht! Ganz einfaches Ding! Aber wie viele Minuten wirst du denn von mir werden, Mr. Tua? So, ich muss jetzt hier richtig schnell machen! Leider eine Minute und leistig! Das ist gut! Ey, warum... Was ist... Ich mach heute wirklich den Lustig, Alter! Wie fahr ich denn hier runter, Alter? Ich fahr hier rückwärts wie der letzte Mensch, Digga! Was ist denn los mit mir? Ich auch! Ey, ich mach nur Kacke hier, ne? Und ich flieg... Oh mein Gott! Das Glück hat uns verlassen, Leute! Das Glück hat uns verlassen! Das hat uns mit Glück zu tun! Das hat uns mit Können zu tun! Naja, das ist einfach nur Glück, wenn man hier runter... Das ist die größte Skill-Lampe, die ich jemals gefahren bin! Ey, Digga! Also, MBK... Also, MBK ist wirklich dumm wie Scheiße, Digga! Ich geh, ich! MBK ist in Europa! Er ist ganz oben und explodiert und versucht jemanden ganz oben zu... Also, wirklich MBK, Digga! Sehr gut, MBK! Er ist wirklich... So, warte mal... Wo ist Esu eigentlich? Selten soll jemanden ehrenlos wie MBK gesehen haben... Ach, Digga, was mach ich denn hier schon? Das wird doch hier schon wieder... Wir haben jetzt dieses Auto, Bro! Oh, was ist das? Wir sind immer noch Fünfter! Hahaha! Äh, ja! Enrico! Ich möchte mal ganz kurz anmerken, dass Enrico eigentlich ein Race-Youtuber ist! Ja, ich hab echt Unterraum, oder? Also, Enrico, ehemaliger... Ehemaliger GTA-Race-Youtuber! Ey, nein! Er hat Renntipps auf YouTube gemacht, Enrico! Warte mal, hab ich gerade? Statement, dass du Fünfter bist, Enrico, als Renntuber! Kann das sein, dass es Max war? Nein! Ja, ja! Ich hab's gut wieder lausend ausgehauen! So, schnell! Richtig und richtig! So, ich muss jetzt hier auch mal ein bisschen die Sabotage-Modus... Mann, jetzt hier mal ein bisschen die Sabotage-Modus! Jetzt reicht's mir, Leute! Jetzt reicht's mir! Sooo... Wer ist denn... So kann ich denn hier mal boosten, Mann! Ey! Oh mein Gott! Ich bin zum Glück nicht gelb, Max! Ah, Scheiße! Ey, ich hab's Real Talk nicht gesehen, weil mein Flugzeug auch gelb ist! Mach die Karte auf! Mach die Karte los, dann siehst du alle in den Namen! Ey, ja, Bro! Digga, das Ding ist, dein Auto ist genau dasselbe gelb wie mein Flugzeug gerade! Nein! Guck mal! Los den Geld! Dass er auf pink geht, hat nicht geklappt, weil ich war gar nicht pink! Sooo... Schnell, schnell, schnell! Drehen, 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 drehen! Ey, ihr seid doch so weit vorne, ihr seid doch bestimmt schon fast fertig oder so! Nein! Ja! Oh mein Gott! Wer war das? Wer war das? Wer war das? Mit Twitter bin ich eigentlich auch nicht so zufrieden! Ich war das! Wer war das gerade? Das war ich! Sooo... Schnell, schnell, schnell! Oh mein Gott! Nein! Nein, 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 nein! Verdammt! Nein! Schlecht! 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 Oh mein Gott, nein! Was ist das hier? Lofti! Wer ist der Grüne? Wer ist der Mr. Creamy? Der Dunkelgrüne? Ah, das ist Esju! Esju ist doch... Esju ist doch Erster! Ja, aber nur knapp vor mir! Wir sind geilste Autotland! Also wenn ich Esju jetzt sabotieren würde... Ey, geh weg, geh weg! Oha! Bitte, ich muss es schaffen! Komm! Nein! Nein! Was soll das? Ah, was soll das? Diese Autos mögen 20 als ein schlechtes Auto! Nein, 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 nein! Schlecht! Wenn man bei der Rampe an Geschwindigkeit verliert, war es das! Dann bleibt man in den Lücken hängen! Schnell, bleib bitte schnell! So ein Kack-Auto! Einfach drüber rutschen, runter, rutsch, rutsch, rutsch! Jetzt Gas geben, Gas geben, Gas geben! Ui! Nice! Das war very important, Leute! That's interesting! Oh my God! Hey, Max, ich bin bei deinem Auto! Ja! Oh my God! Wenn MBK auf meinem Level ist, dann bin ich wirklich schlecht jetzt gerade! Sooo! Ist das für ein Schmutz-Auto? Können wir hier ein kleines Sabotage... Oh nein, ich habe ihn nicht getroffen! Ey, was ist das hier? Ich mache ja mehr... Ich mache ja mehr Beyblade als Lucy bei einer normalen Lampe! Ja, das ist wirklich ein Schmutz-Auto! Oh, Armin Erster! Äh, Tour! Ja! 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 Und ich bin auch nachgekommen! Oh nein! Ja! Nein! Oh, dieses Scheiß-Auto! Okay, okay, okay! Das war's komplett gewesen, Leute! Das war's hier! Nirgendswo! Nein, 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 nein! So, komm! Ach, Leute, ich werde nicht mehr Erster! Es sind auch gar nicht mehr so aktuelle Checkpoints! Aber ich würde es trotzdem Touren gönnen! Hm... Dankeschön! Ich gönne sogar Touren mehr als SU! Dankeschön! Aber ich würde... Nein! Ich bin losgefallen! Nein, 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 nein! Komm, komm, komm! Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Nein, ich... Ey, was ist denn los mit mir gerade? Mann, was ist das? Oh, perfekt! Nice! Jetzt geht der... SU wieder Erster! Wer ist denn jetzt erst bei dem Batman-Auto, Bro? Äh, Batman... Ne, ich... Ich bin gerade doch! Ah, wieder? Ey, Digga, SU, du Stück... Okay, SU, ich... Jetzt... So, ich, Digga! Das war... Okay, Lofti, du kleiner Huhnberger! Hat er den gesabotiert? Ja, Digga, er hat mich so weggerammt von den... Ja, nein, 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 nein... Wir müssen SU irgendwie aufhalten, Leute. SU ist jetzt auch beim Flugzeug leider, wie ich jetzt. Ey, also das Auto hier auch, ich schaff's nicht. Ich flieg damit immer durch. Ey, ihr müsst SU weghauen! Der ist jetzt am letzten Auto! Alles SU weghauen, wäre ich im Flugzeug, würde ich helfen. Dann komm mal, unten an und hau SU weg endlich! Der kann doch heute nicht gewinnen! Wenn du heute gewinnst, das wird... Das wird... Das wird peinlich! Tuhan? Ja? Warum? Stahlung. Wenn ich am Flugzeug bin, sabotiere ich für dich Tuhan, ja? Ah, bitte! Nein, das war gar nichts, SU. Ich muss erst mal zum Flugzeug kommen. Nein! Nein! Weil mit diesem Auto hier sehr schwierig... Ich hab's Jungen geblattet! Wie hast du das denn ge... Ey, du hast... Ey, Leute, guck mal, wie ich hier runter... Also das hier... Wie hast du das hingekommen? Das Auto hier ist wirklich mein Eingegener. Ich weiß, warum ich schaff's nicht. Also... Das war ganz krass. Ey, wo ist SU? Ey, wer mobbt mich denn jetzt hier noch weg wieder? Wer war das denn jetzt hier? Gönnt mir doch mal diese Abfahrt hier mit dem Auto. Ja, SU hat gewonnen, SU hat gewonnen. Faze! Verdammt! SU? Oh, aber strong, Digga! Sehr strong! Ich geb's auf mit dem Auto, Leute. Das wird nix mehr. Nee, also ich werd noch Motorrad fertig machen. Also da lass ich mich jetzt nix mehr nehmen. Das wird hier nicht... Das Auto ist mein Endgegner. Ich will das Auto jetzt hier noch shoppen. Einfach... Welches Auto haben du denn? Bro, ich hab diesen... Keine Ahnung, das ist so... Ich kann's gar nicht beschreiben, das ist irgendwie so... Du willst dich irgendwie Klick fühlen? Kein Problem! So, Leute! Da mit... Ach, du magst gar nix, ja! Du hast heute einmal Glück gehabt! Ganz easy! Wow, wow, wow! Bayblade, Bayblade! Wow! So, komm Leute, schaffen wir's jetzt... Nee, das wird jetzt... Oh, Dritter! Nicht hier runterrutschen, ne? Nein, jetzt ist auch noch DNF, ey, das gibt's doch nicht. Ey, wir kriegen einfach ein DNF. Ja, ist das schlecht! Das ist cringe, Leute! Wir waren einfach Erster und jetzt so, das ist wirklich... Oh, nice! Ich schaff's endlich mal! Ja! Leute, wir haben das Auto geschafft! An der Stelle auf jeden Fall auch nochmal ein fettes Danke an War Thunder! Ihr wollt auch ins Cockpit oder euren eigenen Panzer fahren? Dann klickt jetzt auf den Link in der Videobeschreibung für einen kostenlosen Zugang und ein megagroßes Bonuspaket! Wir sehen uns dann auf dem Schlachtfeld, Leute! Let's go! Also, bei... ... ist gut kurz gefällt, aber findigte auch keiner mehr Zeit. Wir gucken dir und lassen uns zurück.